ja willkommen mein name ist dann über lp und ich bin zurück zur let's play tales of the serie in der letzten folge haben wir eine ganze stadt ein genommen ist das nicht geil und ja ich hoffe immer noch mit den schulklamotten rum läuft es sieht immer noch aus als wäre aus köstliche schokolade gemacht und ja die ganze crew von der titania ist hier nehme ich an also kamona und merida meridiane meine büte dann muss die namen hier mal noch mal drauf haben hast du neue sachen zu verkaufen wir haben den leuten die er vorher gewohnt haben angst eingejagt und ja den gedroht hier die knochenmarke auszunippeln und ja da geht es weiter es hat schon so ein bisschen als darauf gedeutet dass das hier die letzten gespräche sind von dem finalen kampf also wie man es von anderen tats auf spielen auch kennt sobei die letzten gespräche zwischen zwei charakteren im letzten kampf vor dem letzten kampf ja mal gucken ob das so sein wird wir laufen damit laff ist und wer wird hier im moment herum weil nicht welche andere paarungen es geben wird wie es noch eine truhe bov bot weil ich bekommen heute trank ich habe nur ein wie sind das passiert ich spiel jetzt schon seit über 100 stunden und habe erst einen beutetrank mädels mit ist haben ein gott ich bin nur gekommen weil ich besorgen kann ohne machte verhindern ist nirgends so sicher aber wenn ich bei ihr bin könnte das könnte ich ja weniger erwartet als ich in der ganzen stadt verstreut diese haufen kennt überhaupt kein zusammenhalt ja wer hat das gedacht wir sind laufen irgendwie gerade irgendwie leute aus der stadt gescheucht haben dann sage ich das gefühl mit uns stimmt was nicht ja und da kommt man wahrscheinlich oben aus zu diesen stufe rot gegnern und darum ist das brettchen ausgezeichnet und da ist eine truhe ausgezeichnet da ist klar da sind auch kräuter ausgezeichnet so eine kapelle oder so er trinkt natürlich wieder ein mehr wahrscheinlich mit jenen unseren charakteren aus und mit michelow so wie es aussieht alle haben eure schulklamotten an ich weiß nicht was ich davon denken soll da kriege ich wieder ein neues schwert ja sich nun selbst im schwert ja ja Ich habe es nicht so, wie ich es dir. Ich habe es gesagt, dass du mit einem Zeug und ich es dir so ausprobieren. Ich bin ein grosser Mann, oder? Ich kann es nicht sagen, was ich erzähle. Nichts, was ich. Nein, ich kann es dir sagen. Ich bin ein Mensch. Du bist 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 ein Mensch. Wir sind vor der letzten Schlacht. Ich habe mich nicht, aber ich bin der Kräfte von Goma. Ich bin nicht so gut, dass ich mich nicht so gut ausfühlen. Ich bin ein Rundfunkig, aber ich bin ein ganzes Schicksal. Ich bin ein Rundfunkig, aber ich bin ein Rundfunkig. Ich bin ein Rundfunkig, aber ich bin ein Rundfunkig. ich mag mich auch wir sind vor den letzten gesprächen haben magelo muss ich nicht ansprechen was ich komisch finde ich will auch mit ihr reden weil sie wieder nur am trollen ja also ich beobachte es ist es ist Wie ganz cool ist das? Ich bin der Rundin-Much-Gate, der Gerust hat. Wer und der Gerust ist das ihre Geheizkanschsteh? Ist das für ihr client? Wenn ihr ihr euch so selbst �bettet, Ich habe auch den Rundin-Much-Gate. Ich will einfach mal sehen, dass ihr ihr jetzt immer verletzt. Der Gerust ist das, Füch場, das ist ein blick wer kann aber ein nein ich kann auch von den beiden die schulklamotten weil sie nicht hier machen diese ganzen szenen ein bisschen merkwürdig was zum projekt so passiert irgendwie weiß nicht geordnet und kräuter zivilisiert zu gehen wir tun städte hier vernichten anzünden leute umbringen wir laufen halt mit schulklamotten vor der letzten schlacht rum mit solz passt halt alles in so einen in unseren tagesablauf so wie info ich bin auf eine mission was vor allem wenn du so sie scheint da hinten zu sein guckst in die falsche richtung da Nein! Das ist nicht so, BF! Was ist immer so, Magir? Sie haben immer immer gebeten, Magir? Der Mann ist ein Künstler. E-Leh-Noah! Warum nicht hierher kommen? Ich habe ihn gefunden! Daile auch! So! Das ist so, BF! Das ist nicht so, BF! Das ist eine gewisse Art von BF. Ja, dann entsorgen wir den. Ja, dann entsorgen wir uns alle wieder zurück. Ich weiß nicht, dass wir uns alle wieder zurückkommen. Wir müssen uns wieder zurückkommen. Wir müssen uns wieder zurückkommen. Nein, nein, nein! Ich bin der Wann. 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 Ich habe den Wann. Ich will sehen das. Welche Jahre? Ja, in der nächsten Zeit. In der nächsten Zeit. In diesem Jahr. Aber es ist ein Jahr schon ein, oder? Ich zeige, obwohl. mit der möglichkeit leider keine ahnung also mir erst irgendwie eingefallen ist jetzt muss ich mit marco regen nach expedition habe ich ganz vergessen die war ja am anfang des parts schon magi oder ankommen wenn ich über will mit ihr als letztes reden ja du jaに温泉があるのを見つけました 風邪をひく前に入り 気がきくなぁ 風呂に使って鋭気を養うとするか そうね p 一緒に入る a いやだよ 遠慮しなくていいよ 宿の黒だから広いなぁ そういうことじゃっ オーラー 早くあったまらないと そういうこと言う 僕は一人で入るから先にいっ はい はいはい どうかした ちょいとやぼようじゃ おやつらの面倒を見てやっておくれ 何か 何か 呼び出しは届いたようじゃ 4聖書の復活を企んでいるのだな さすが察しがいいの 分かっているはずだ そんな下法を使えばどれほどの混乱が起こるか カナヌシが増幅していた霊能力が元に戻り 精霊も意志を回復 多くの対魔師の力を失い 精霊の管理体制は崩壊するじゃ ゴーマの脅威はそのままにな のみならず 数百年は地水化風の自然バランスが大混乱するはずじゃ 異常な地殻変動 気候や海面の大変化に火山の爆発 お祭り騒ぎじゃな 文明も大きく後退するぞ キララウス火山一つとっても 噴火によって遠赤が失われれば 火薬の製造が不可能だ それも一興 ま、心配せずとも案外なんとかなるもんじゃて 頑張れ人間! じゃあよ 人は何だと思っている 汚れを生む悪の源泉 故に情を沈め理による秩序をもたらす 人がオノガ罪号を悔い改め 超越する日まで じゃろ? そう だからこその鴨主覚醒だ 我らはそのための不正死汚れやすく 救世主たる同志の影…か 戻ってくる気はないのか お前がメービンを名乗った意図は… お子さんらの理想は退屈すぎるわい だが正常な世界だ 雑貨の箱庭じゃよ 見てくれだけのまがいもんじゃ 正しい断りと秩序がある 歪んだ断りじゃ お前がいもんじゃ 誰にも見えれば幸せか? 狼が草を食えば満足か? 奇色悪いわ そんな世界を願う者も 囲われて満足する奴らも 毒虫とて 食いたいものを食うぞ 名もなき花とて咲きたい場所に咲く 他人にとってはどうでもいい願いにも 決して譲れぬ 生きる証があるんじゃ それを悪と呼ぶなら わしは悪として生きて 死ぬわい ならば踏み潰すまで どこまでも上から物を言いやがる 手を貸すぜ マギル 待った 終了 終了 それが追いかの犬を知らない メルキオルメイビン 待ておれ あんじるな 最後のお主さん わしが見とる いいだ 終了 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 クペ rect 終了 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Was ist das? Ich bin der Kraft. Wenn ich den blauen, dann könnte ich den Händen wieder zurückkehren. Ich bin der Kraft. Ich bin der Kraft. Wenn ich den Holz benutze, wenn ich den Händen wieder zurückkehren würde, ich würde sagen, dass ich die Welt zurückkehren kann. Ich habe nur eine Weile in der Kiste zu verabschieden. Ich habe das Kiste schon gebraucht. Ich habe das Kiste in der Kiste verkauft. Dann kann ich den Fisch und die Kiste machen. Kann ich nur mit einem? Kann ich nur mit einem Gehirn sein? Ich kann es gleich mit einem Arm伸bieren. Ich kann es nicht so gut sein. So, dann kann ich es wieder mit einem Gehirn. Dann kann ich es nicht so gut sein. Dann kann ich es nicht so gut sein. Das war's für mich. Dieser ist ein Helles Gemüse, der ich mich hilfreich kann. Aber ich glaube, weil es ist ein Kind, oder? Ich bin kein Mensch, das ist kein Kind. Ich bin auch schon mit. Ich bin wirklich nicht in einemATHEK-Geschfft, ich bin dem Vater Segen. Ich bin derСkalte, eine Sith-Geschfft, ich bin der Schiff. Ich bin der Schiff-Geschfft. Das war's für ein女wo. mismos haben wir uns... Dann sagen wir uns doch so viel. Ich kann mich nicht darauf machen, wenn wir uns anschauen. Ich werde es so gerne, als ich die Childerin. Ich kann mich mal mit dem husband... Ich glaube, ich weiß nicht, dass die Velvete nicht versteht. Es ist schlecht. Ich kann es nicht verletzen. Ich kann es nicht verletzen. Ich kann es nicht verletzen. Vielen Dank. Nein, kriegen wir jetzt aufs Maul. Ja, ich weiß, ich habe schon lange nichts mehr gesagt, aber die letzten Szenen, ne? Können wir uns vorher noch bitte umziehen? Nein, ich habe Kurgane, er hat sich selbst in der Gitarre gespielt. Es ist schlecht, aber ich werde Melkioru verletzen. Ich weiß nicht. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2017 Ich gehe. Erleno, ich versuche, Leifeset. Ja, das ist natürlich. Ich gehe! Ich sterbe, und werde die Welt mit einem Schlauch! das heulende unheil boom erst mal wieder normal klamotten anziehen erst machen kann also nicht sein okay gehört ja wir können uns doch noch frei bewegen aber wenn ich dann weil sie mich einige bilder hätten wahrscheinlich voll episch ausgesehen aber den schuhklamotten saß natürlich wieder ein bisschen komisch aus ja wenn ich da hingehen kann dann werde ich ja wohl noch weiß nicht weil anders hingehen können jetzt eine bild wo alle vier irgendwie so mit rücken zu der gruppe standen wird ein guter screenshot gewesen aber wir sind vorm finalen kam alles klar ja 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 bin schon gibt es ein neues warte mal küre wenn man ein neues schwert er ist wahrscheinlich wieder ok letzte dinge sind dann gucken wir mal wo wir uns hinbewegen können erstmal die Herr, Herr, du hast du über die Ausbildung von den Tytania gewonnen gemacht? Ja, du hast du den Tytania gewonnen. Du hast es nicht verwendet. Was? Das ist das Ergebnis! Du sagst das. Was? Du schaffst das Grimoneys? Ja, das wissen wir doch schon. Ja, das wissen wir doch. Es gibt auch zwei und beide. Da gibt es nicht nur sieben tot sind. Ja, das wissen wir doch. 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 Ja. Ja. Okay. Wie kann ich, ich muss erst mal gucken, wo ich mich hin bewegen kann. Wenn ich mich darauf bewegen. Boah. Was? Cool story, bro. Oh. Ja. 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 Wird da am ende auch der fall sein? wir haben immer noch nicht ein ding erkundet hallo gibt es der gegner die ich erledigen darf ich kann mich wieder nirgendswohin teleportieren geil ja 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 hier kann ich hin und wieder mit dem level und warum kann ich einen moment mal ich kann immer noch da zurück nach da komme ich zu einem stufe rot gegner und hier kann ich auch noch zurück was keine ahnung ich werde mir mal mal sehen wo mich das alles hinführt da kommen wir mal wie ich lande letztendlich hier ist der stufe rot gegner nehmen machen wir jetzt nicht noch platt nur jetzt erstmal alles so hier kann man noch trainieren das ist gut da ist noch eine katastrophe die machen auf die augenbauer und dann würde ich sagen in der nächsten folge bis man wohl weitermachen wir natürlich wo wir chaos verschalten können und ja würde ich sagen ich bin debattier wenn euch die bad gefallen hat könnt ihr einen like ein kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen und dann kommen wir mal jetzt hier nichts mal weitergeht ich bedanke mich alle herzlich fürs zuschauen und sage tschau bis zur nächsten folge dass du ihn so